Das Wort hat die Abgeordnete Beatrix von Storch für die AfD-Fraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, was war das für ein Theater gestern? Und dabei ist doch so klar, was passieren muss. Wir müssen den Familiennachzug für die Subsidiären abschaffen. Wir müssen die Grenzen kontrollieren und wir müssen die ganzen illegalen Migranten an der Grenze zurückweisen. Denn aus Österreich muss niemand fliehen. In Österreich gibt es keine Verfolgung. Dann schließen die Österreicher den Brenner und die Italiener, weisen die Schlepperboote zurück. Und dann helfen wir vor Ort und unterstützen die UNHCR. Das ist nicht rechts, das ist nicht mal populistisch, das ist der ganz normale, gesunde Menschenverstand. Den haben die Linken nicht, den haben die Grünen und die SPD auch nicht. Aber das macht nichts. In unseren europäischen Nachbarländern auf jeden Fall ist dieser Menschenverstand im Kommen. Frankreich und Österreich, Dänemark und Italien, von Polen bis Ungarn, überall gibt es diesen Menschenverstand. So viel zu ihrer europäischen Lösung, die sie immer weiter anschreben, obwohl sie längst gescheitert ist. Und wir nehmen mit großem Interesse natürlich zur Kenntnis, dass spätestens nach dem ganzen Theater gestern der Innenminister, die CSU und auch wachsende Teile der CDU eine Rückkehr zum gesunden Menschenverstand zumindest erahnen lassen. Als wir unseren Antrag zu Grenzkontrollen und zur Zurückweisung an der Grenze gestellt haben, da haben Sie noch alle dagegen gestimmt. Heute haben Sie nach dem ganzen Teil haben gestern die Gelegenheit, diesen Fehler zu korrigieren. Ich möchte Ihnen zurufen, nur Mut, machen Sie mal den Rücken gerade. Das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Aber es gibt offensichtlich ein großes Hindernis, obwohl so groß ist es gar nicht. Ich möchte sagen, ein laufender Meter 60, Angela Merkel. Nach dieser Woche ist es nun wirklich kein Geheimnis mehr, dass Frau Merkel mehr Rückhalt bei den Grünen hat, als in ihrer Partei oder gar der CSU. Der Unterschied zwischen der AfD und der CSU-Fraktion scheint ja nur noch das zu sein, wir sagen, Merkel muss weg und Sie denken, Merkel muss weg. Aber die Gedanken sind frei. Der Kanzlerin geht es offenbar nur noch darum, das Gesicht zu wahren, wenn irgendwann herauskommt, dass man Grenzen eben doch schließen kann. Und da schloss sie messer scharf, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Mit der SPD hat sie natürlich den richtigen Partner. Wer als vormalige Volkspartei ernsthaft den Familiennachzug für Gefährder fordert, ist mit 9 Prozent Umfrageergebnis in Sachsen überreichlich noch bedient. Der Antrag von Union und SPD ist der Versuch, es beiden Seiten recht zu machen, den Vernünftigen und den Verblendeten. Im Monat sollen nur 1.000 Familiennachzüge erlaubt sein, so verkauft uns das die Union. Und ab dem 1.001. heißt das dann humanitärer Einzelfall, Erfolg der SPD. Und wir wissen, es kann auch eine Million Einzelfälle geben. Der Antrag der FDP ist typisch FDP, möchte ich sagen. Merkel hat recht, Seehofer hat aber auch recht. Wir brauchen eine europäische Lösung aber später. Wir sichern die Grenzen aber nur vorübergehend. Wir verteilen die Flüchtlinge in der EU und wir wollen Resettlement, auch wenn die EU-Staaten nicht mitmachen. Alles in einem ein glasklares und mutiges Sowohl-als-auch. Und der Antrag der Linken ist Weltklasse. Einfach Weltklasse. Nach dem Parteitag hätten Sie den etwas kürzer fassen können. Drei Worte. Alle dürfen rein. Und alle sieben Milliarden haben dann auch Anspruch auf Bleiberecht, ausdrücklich Staatsbürgerschaft und Sozialleistung. Dem unbeteiligten Beobachter Ihres Parteitages musste der Gedanke kommen. Linke. Alle doof, außer Sarah. Denn nur Frau Wagenknecht hat den Irrsinn abgelehnt und wurde dafür folgerichtig ausgebucht. Aber im Namen der AfD danke ich Ihnen ausdrücklich für Ihre Offenheit. Damit wird deutlich, worauf die Forderungen, Ihre Forderungen hinauslaufen, nach offenen Grenzen. Denn Deutschland wird abgeschafft, der Sozialstaat wird geschreddert und die dritte Welt kommt nach Europa. Wir werden Ihre zentralen Punkte kopieren und einfach in den Fußgängerzonen in Ostdeutschland während des Wahlkampfes verteilen und sie plakatieren. Das ist der beste Wahlkampf, den wir machen können. Darauf freuen wir uns schon jetzt. Ronald Reagan hat gesagt, eine Nation, die Ihre Grenzen nicht kontrollieren kann, ist keine Nation. Und wir werden alles dafür tun, dass wir eine Nation bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank.